hallo ihr lieben ja ich gehe mal wieder auf tour und heute geht es richtung koblenz und da besuche ich jemanden und sie weiß natürlich dass ich sie besuche aber ich glaube wir freuen uns beide tierisch dass wir uns sehen ja und morgen fahre ich dann von ihr aus zur one stage ich werde dort übernächtigen ja und jetzt mache ich mich auf die fahrt es sind gut vier stunden ich hoffe ich komme gut durch und habe nicht so viel stau ich werde mich irgendwann zwischendrin mal melden die überraschung ja da bin ich heute hingefahren ich wollte unterwegs noch meine pause machen und film ich habe pause gemacht ich bin heute morgen um 8 uhr losgefahren wir haben es jetzt nach 15 uhr und ich bin endlich da man glaubt es nicht baustelle 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 und irgendwann musste ich pause machen und hat mich verfranst und ich könnte kotzen aber ich habe es geschafft ich bin da so geil ich freue mich total und wir werden heute einen schönen tag haben aber sowas von erstmal was essen hallo ihr lieben ja was denkt ihr wohl wo wir sind man sieht es ist der action ja was auch sonst natürlich müssen wir in den action das erste was wir heute machen natürlich nach dem essen ja wir werden jetzt mal im action schauen und was wir so bekommen ja und ich werde mal gucken wenn es geht werde ich auch die kamera zwischendurch mal anschmeißen und euch ein bisschen was zeigen so wir sind jetzt im action und wir haben auch schon ein bisschen was gefunden der wagen ist schon ziemlich voll und von christina auch sie macht auch gerade ein video für ihren kanal und da sie mal also zeigt sie auf jeden fall was es hier so in den regalen gibt ich mache das jetzt auch mal für euch aber so im schnelldurchflug ja das war so das gröbste einmal im schnelldurchblick ja wir beide werden jetzt noch ein bisschen weiter zusammen und werden zum nächsten action fahren oder vielleicht zwischendurch noch mal bei teddy rein kick habe ich gegenüber gesehen da werden wir vielleicht auch noch mal kurz reingucken wo uns der wind so hinträgt und in die finca ok die kenne ich noch nicht das sind nackte frauen wir waren schon bei zwei action beim zweiten gab es mal so gar nichts aber wir haben ja beim ersten auch genug gekriegt hier der action ist mülheim herrlich der ist halt immer abgegrast also er ist halt so ne da wo halt große einkaufszenten sind hier gibt es halt mega viele sachen da hinten sehe ich noch wohlwurst hier ist noch kick und alles hier so auch hier gibt es drei tedis in einer straße na dann ja schauen wir mal irgendwo wird schon was für uns dabei sein so jetzt haben wir es uns gemütlich gemacht wir sind bei kfc das werden wir gleich verdrücken ein schildgefühl mir gleich noch was zu drücken und dann wird es zu mich langsam zeit ein bisschen zur ruhe zu kommen aber natürlich nicht ohne mir das passelzimmer noch mal live sie gehen ja ich weiß nicht ob wir mich überhaupt haben gehen 2 Ich habe nur vier Stunden geschlafen. Wir hatten gestern noch einen super super Tag. Ihr seht, ich bin hier schon in der Halle von der OnStage. Das Problem ist, dass ich ja Sachen noch nicht veröffentlichen darf. Und deswegen werde ich jetzt auch das Video beenden, wo ich Christina quasi besuche. Und dann wird es ein gesondertes Video über die OnStage geben. Und ja, genau, da weiß ich noch gar nicht, was auf mich zukommt, weil ich ja noch nie mit einer OnStage war. Okay, ihr Lusen, dann tschüch!